Was geht ab, meine Flexer? Ich würde sagen, die Linke zum Gruß, passend zum heutigen Thema, denn ich habe einen neuen Kooperationspartner. Ein Traum wurde wahr für mich, es ist kein anderer als Harley Davidson. Ich bekomme heute ein neues Motorrad und was es wird, seht ihr gleich, wir gehen rein. Ein wunderschöner Store in Berlin, wir sind hier bei Classic Bike und wie ihr sehen könnt, die Bikes stehen hier in Reihe und Glied. Ja, mega. Ich wüsste nicht, wo ich mich als erstes entscheiden sollte. Fatboy, Loretta S, Softay Slim, alles Bikes, die ich sofort so mitnehmen würde. Ich brauche ja noch einen vernünftigen Helm, einen Integral hier am besten, damit ich auch vernünftige Vlogs für euch machen kann. Und meine Helme sahen halt nie wirklich nach Harley aus, sondern eher nach Supersportler. Das ändern wir jetzt und sind jetzt in einer Helmabteilung und ich glaube, wir gucken, was wir hier finden, aber wir werden auf jeden Fall fündig. Es sind so einige coole Helme. Das ist, glaube ich, nicht so meins. Das, den finde ich schon sehr geil, aber das ist mir ein bisschen zu windig hier. Aber der hier zum Beispiel, der sieht richtig gut aus. Ah, und er hat das integrierte Sender, das ist nämlich der Boom Audio Helm. Damit könnt ihr bei der Fahrt Musik hören, telefonieren und wenn jemand den gleichen Helm hat oder einen Sender hat, könnt ihr euch unterwegs bei den Touren untereinander unterhalten, miteinander Musik koppeln. Also ihr könnt quasi gleich Musik hören und ja, welcher Helm wäre besser als dieser, für mich zumindest, wenn ich vloggen will. Ich hoffe, der passt. Doppel-D-Verschlüsse, sehr sicher auf jeden Fall. Was meint ihr? Passt. Den nehmen wir. Okay, Freunde, den Helm haben wir schon mal. Motorräder stehen hier zwar auch viele rum, aber meine habe ich noch nicht gesehen und ich habe richtig Bock zu fahren. Ich würde sagen, wir gehen jetzt raus, holen meine und fahren einfach mal los. Und da haben wir schon das wunderschöne Motorrad für die nächsten Wochen für mich. Es wird eine Lowrider S, aber Freunde, das ist jetzt die im Originalzustand. Das heißt, wenn ihr euch dafür entscheiden solltet, so ein Motorrad zu kaufen, bekommt ihr genau so, wie sie hier steht, wird sie ausgeliefert. Ich bin aber 1,85 und ich habe von vornherein gesagt, dass die Sitzposition bei der Lowrider S, sprich die einer typischen Diner, sprich genau diese Position, ist einfach nichts für mich. Damit werde ich vielleicht maximal eine Stunde, anderthalb fahren und dann werde ich sagen, ey, ich kann nicht mehr, ich habe keine Lust, meine Knie tun weh und einfach, nee. Deswegen von vornherein habe ich gesagt, ich baue mir die Fußrastenanlage um und möchte bitte eine vorverlegte Fußraste. Und das Ganze sieht dann wie folgt aus. Und schon ist es erstens entspannter, zweitens habt ihr einen viel cooleren Look auf dem Bike. Und vor allem diese Maske hier vorne erinnert mich sowas von an Sons of Anarchy. Schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr das gleiche Feeling gerade habt, wenn ich hier so drauf sitze. Als würde ich quasi hier Jacks Teller sein und losfahren zu Teller Morrow und ja, mit den Jungs mich treffen. Ich habe richtig Bock. Ja, also viel Unterschied ist jetzt nicht. Fußrastenanlage ist umgebaut, aber das Geilste an dem Motorrad ist auf jeden Fall der 100 Hertz in der Motor. Ich bin damit schon gefahren, also ich weiß, was die drauf hat. Und ich freue mich wirklich gleich diese fast zwei Liter Hubraum zu bewegen. Ey, ohne Witz. Wenn ich das Motorrad so sehe, das wäre das erste Motorrad, was ich fast ohne großartigen Umbau, außer vielleicht eine Auspuffanlage und Blinker und Pipapo. Aber das Motorrad als Grundbasis ist einfach so wunderschön. Der hat sogar auch einen Daymaker schon drin. Also ihr habt schon LED-Scheinwerfer mit drin. Und klar, ein bisschen andere Lenker könnte man machen, angepasst auf eure Sitzposition, eure Größe. Aber das sind so Sachen, die muss man sowieso bei Harley machen. Ja, aber das Wetter passt. Ich würde sagen, ich springe auf die Karre und sage euch einfach, wie es ist, in einer POV das Motorrad zu fahren und wie es sich fährt. Seht ihr jetzt. So, Freunde, los geht's. Der erste Teil von meinem Vlog mit der neuen Lowrider S. Ihr seht's, ich habe hier vorverlegte Fußresten. Das heißt quasi relativ bequeme Sitzposition. Lenker könnte ein Tick breiter sein für mich. Ihr seht's ja schon. Aber egal. Ich würde sagen, wir fahren jetzt mal los. Und ich bin gespannt, wie die 114 Kubikordi schieben so böse nach vorne, Freunde. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was hier losgeht. Ah, geil. Spiegel sind auch gut eingestellt. Ich muss ja auch sagen, ich finde die Armatur mit den zwei Tachos quasi. Ihr habt ja auf dem einen, das ist ja der Tacho. Und hier haben wir den Drehzahlmesser. Das ist ja sehr, ich glaube, das hat nun die Lowrider S so in dem Stile, dass beides auf einmal drauf ist. Weil ansonsten haben wir ja immer einen digitalen Drehzahlmesser. Und ja, feiere ich. Aber die hat so einen bösen Schub nach vorne. Also ich finde ja meinen Motor schon richtig, richtig nice, den 103er. Aber das hier ist nochmal ein Weltenunterschied. Wirklich Welten. Also ich kann mir vorstellen, wenn man die Karre noch so ein bisschen personalisiert, dass man damit mega zufrieden sein wird. Weil die hat einen ordentlichen Schub. Das ist heftig. Wirklich heftig. Und die Sitzposition, der Sitz ist richtig bequem. Also für mich, muss ich sagen, wäre vielleicht eine Sitzbank mit zwei Sitzplätzen, meine ich, vielleicht eher die Wahl, weil ich es einfach cooler finden würde von der Optik her. Und ich, ja, ab und zu auch mal jemanden mitnehme. Aber ansonsten ist das Bike schon so, wie es ist, richtig cool. Also potenziell, ich würde die Spiegel vielleicht nach unten versetzen. Aber das sind alles so Kleinigkeiten, die man dann sowieso macht, wenn man die Karre hat. Also auf jeden Fall von mir einen dicken, fetten Daumen für dieses Motorrad Harley. Ihr habt hier was richtig Schönes gezaubert. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So Freunde, das war mein Video zu der neuen Lowrider S. Ich muss echt sagen, es ist eines der geilsten Harley-Davidson-Bikes, die ich in letzter Zeit gefahren bin. Also erstens von der Performance, von der Beweglichkeit, vom Antrieb. Also der Motor ist ja absolut Wahnsinn. Also wirklich untenrum habt ihr Druck ohne Ende. Also von mir definitiv eine Kaufempfehlung an euch. Also wenn ihr überlegt habt, euch eine Lowrider S zuzulegen, es ist eine sehr, sehr gute Wahl. Damit macht ihr auf jeden Fall nichts verkehrt. Ich würde sagen, schreibt mir doch gerne in die Kommentare, welche Bikes ich noch so für euch testen soll. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Freunde. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und checkt mein Instagram-Profil aus. Bis dann.